Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald. Es war so finster und auch so bitterkalt. Sie kamen an ein Häuschen von Pfefferkuchen fein. Wer mag der Herr wohl von diesem Häuschen sein? Hu, hu, da schaut eine alte Hex heraus, lockte die Kinder ins Pfefferkuchenhaus. Sie stellte sich gar freundlich, oh Hänsel, welche Not, ihn wollte sie braten im Ofen braun wie Brot. Doch als die Hexe zum Ofen schaut hinein, ward sie gestoßen von Hans und Gretel ein. Die Hexe musste braten, die Kinder gehen nach Haus, nun ist das Märchen von Hans und Gretel aus. Die Hexe musste braten, die Kinder gehen nach Haus, nun ist das Märchen von Hans und Gretel aus. Die Hexe musste braten, die Kinder gehen nach Haus, nun ist das Märchen von Hans und Gretel aus. Die Hexe musste braten, die Kinder gehen nach Haus, nun ist das Märchen von Hans und Gretel aus. Die Hexe musste braten, die Kinder gehen nach Haus, nun ist das Märchen von Hans und Gretel aus. Amen. Amen.